Und man sieht's keine Ego-Perspektive, wenn es gear ab oder down ist. Oh shit, und man sieht eine Ego-Perspektive, wenn man stirbt. Oh, was hast du da gemacht? Ähm, ich weiß nicht. Wieder einfach nichts-könnerisch irgendeine Scheiße abgezogen, oder was? Ich hab zu sehr darauf geachtet, wie sich mein Fahrwerk einfertigt. Oh man ey! Okay. Wir müssen ja erstmal ganz kurz per Anhalter fahren. Wir müssen. Ich tue sowas nicht gerne, aber... Na doch. Da bist du! Versuch mal zu dir zu fliegen. Wir brauchen mal ganz kurz dieses Fahrzeug, danke sehr. Nice, der ist nochmal gespawnt. Ah! Ah! Ah scheiße, ich bin debuliert, glaub ich. Nein! Gerade hier hast du mich auch gemellert, was soll ich heißen? Nee, 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 nee. Ich hab... Ich war nur langsam anscheinend. Bist du, Baum? Lande gerade. Mehr oder weniger gekannt. So einfach. Los, hol mich ein. Ich fahr schon extra lang. Der Synchronstart. Wow. Der war ja auch noch nicht. Da oben ist ein Kampf-Chat. Siehst du das? Oh oh. Ist das ein gegnerischer Kampf-Chat, meinst du? Das ist der Kerl. Hundertprozentig. Hier fliegen nicht einfach so irgendwelche Kampf-Chats rum. Ja, doch manchmal schon. Glaub ich. Wo ist der Ende gekommen? Oh shit, okay. Ja, aber zufällig bei uns. Ach du Scheiße. Ich hab' einen Ride. Organisier mal ein Ride. Ein was? Ride. Spass. Ein schnelles am besten. Sag mir Bescheid und ich lass mich bei dir runterfallen. Ich versuch ihn hier gerade ein bisschen... Oh, da fliegt der Scheiße. Oh oh. Jo, er hat dich anvisiert. Dann schieß dich ab. Ich hab' einen Ride. Trifft aber nicht. Wo isst du denn? Ich komme. Schau auf dein scheiß Radar, du. Spass. Okay, sehr schnell, sehr schnell, sehr schnell. Jetzt weg hier. Oh fuck. Stecker, stecker, stecker. Ja, Mann. Lass mich doch erstmal rein, Mann. Ja. Komm jetzt. Los, 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 los. Wo ist er überhaupt? Nach Los Santos. Da kann er nicht fliegen. Gott, wir werden so sterben. Scheiße. Was sind das denn für Bomben? Das ist, mein lieber Herr, das MG. Okay. Welche Mission? Egal, such. Hm. Oh. Seht hier einen Passivmodus vor mir mit so einem Rocket Launcher. Ja. Oh. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, wo er herkommt. Nur weil ich ihm das eine Mal angeschossen hab? Ver- Ja. Du hast ja nicht angeschossen, du hast ihn umgeschossen. Vergiss nicht, deinen Passivmodus zu deaktivieren. Sonst stehen wir vor den Gegnern und sterben, fett. Oder er ist ja gar nicht aktiviert. Ah ne, ist er sogar gar nicht. Kann man gar nicht haben. Hallo? Ja. Warte. Ja. Warte. Warte. Ja. Wie ein Dominator. Achso dann ist das geilte Mission, wie ich dachte. Egal. Hier ist sicherlich auch los hier. Oh shit, da kann man was so Morgen Nacht hier der Illuminat Community spielen in Halo um 7 glaub ich Ist du dabei? Achso, wir haben auch nicht, schätze ich Ich hab auch schon Hab zumindest den Beitrag geliked, damit er Bescheid weiß Wenn ich dran denke, will ich auf jeden Fall da sein Ich hab ja schon letztens jetzt ein paar mal mit dem Customs gespielt Komm ich nicht durch, komm ich nicht durch, jetzt komm ich durch Oh shit, wow Gott, wir sind echt meilen weit von dem Teil weggespawn, kann das sein? Das ist halt eine Mission in der Stadt, wir waren in Blaine County Oh, waren wir gar nicht Waren wir wohl Ja, die kommt mir auch Oh shit, Alter Park halt noch schlauer Umballern, wir ballern jetzt schnellstens um und dann verpissen wir uns ganz schnell, ja? Au Ich wurde im Nachkampf mit einer Shotgun Das ist aber keine kluge Taktik Oh man, nie wieder Also kein Ding, die mit GTA zu tun haben, hör ich noch auf dich, weil du hast einfach gar keine Ahnung Anstatt sich hinten erstmal anzustellen und alles umzubringen Nein, wir gehen da hin, lassen uns abballern und fahren dann weg und öh und dann haben wir verloren So, okay, ich hab den Nominator Schön, komm her Oh Gott, so geduckt zu fahren ist echt nicht einfach Na, mach's doch fast Oh shit Oh shit Wieder so typisch und kein Mensch blind GTA Online Das sieht so scheiße aus, was ich dachte Was, wer sieht denn besser aus? Der Wagen 10.000! Alter, ich sag doch gar nicht, dass du scheiße aussiehst Ach, schwul Ja, 10.000, das ist echt cool, was Simeon zur Zeit so ausgibt Ja, er hat echt ein bisschen zu viel Kohle gerade im Moment Jetzt haben wir auch schon mal zu sechs gespielt mit Reaper und Adrian und Xbox? Wir haben bei dem auf, äh, der 360 haben wir mal mit dem gespielt, der hat ne 360 Der war ja früher Xbox-Spieler, daher kenn ich ihn hauptsächlich Also, ich kenn ihn auch, weil ich ihn aus dem Real Life kenn, aber Wieso ist der jetzt kein Xbox-Spieler mehr, dieser dumme Spaß? Ähm, weil, keine Ahnung, was machen die irgendwie so die PC-Spieler? Machen die so? Haha, sie gehen einfach Kommen nie wieder So wie Evergreen Wie kann das sein? Der Evergreen war irgendwie jeden Tag online, jeden Tag Der hat die ganze Zeit nur Xbox gezogen, so plötzlich Ja, der ist so richtig in Verkonten und spielt Dota Ja, Dota liebt man, die beiden Spiele Oh man Aber ich weiß nicht, mir taugen beide nicht so bisher Gut, ich habe auch beide erst zwei Sekunden gespielt, aber Zerstöre die Beton-Mischer-Lkw Hey, dann ist das ne andere mit Hey, den kenn ich Oh shit Oh, du bist so scheiße Oh mein Gott Warum haben wir eigentlich nicht auf noch andere Spieler geratet? Ähm, weil ich dachte, dass du mal loslegen willst, keine Ahnung Weiß deine Schuhe Hä? Was habe ich ja, ich glaube so eine coole Waffe Ich war auch immer so eine coole Waffe Hm, okay, die ist cool Oh shit Oh Gott, du Gott Komm schon Ich werde hier mal ein stärkeres Snipe Ne, warte, habe ich nicht mal ein stärkeres Snipe gehabt? Ne, erst ab Level 100, oder? Ne, ab Level 90 kann man das doch haben Wieso habe ich noch so einen scheiß Snipe? Ah, hier ist mein anderes Snipe Ah Ah Pfff Okay, das war ziemlich eindeutig Eindeutig Ah, scheiße Ah, ist schon wieder so viel hier los Geh du mal zum Lkw Zu welchem, oh Gott Hast grad echt gefragt, zu welchem? Ja So nem scheiß Missionsziel, Spaß Ja, um zwei Gaaaaaah Okay Okay, ich glaube ich kann ihn sprengen Okay, ich organisiere mal ein Ride Oh scheiße, warte, ich hab die Wie geht das nochmal so geht das? Scheiße, ich werde hier Fuck, fuck, fuck Oder so, oh Oh Nell, da kommt ein Heli Okay, okay, ich bin drin Zeit zu gehen, würde ich sagen Da steht mein Auto Hast du Erst drauf jetzt Das ist natürlich das perfekte Auto, um da hinterher zu kommen Seine scheiß langsamer SUV Haben wir gesagt, nehmen wir mein Auto Haben wir ein Zeitlimit? Nein Nein Außer wir sind so langsam, dass wir es schon aus dem Land geschafft haben Wo ist denn der Gegner da? Wer ist mit nem Betonmischer schneller als wir? Guck dir das interessant an, er ist schneller als wir Wie kann denn das sein? Fuck you, alle bleiben stehen Du hast daneben geworfen, ne? Nein Fahr weg, fahr weg, Mann, fahr weg Nicht? Ja, außer CC Okay Auto holen Au, scheiße, wir werden beschossen Lass die erstmal ausradieren Äh Geiße, fuck Wo ist man für solches Fahrzeug antworten? Deins geholt, sonst würde ich meinen so Steht hinter uns Da kommen noch mehr, scheiße Was? Naja, wir fahren nur auf der Autobahn Dann die Ausfahrt raus, dann um die Ecke und wir sind da Scheiße, das sind ja Gegner Oh Gott, wie konnte das denn passieren? Ach das ist kein Gegner, das nur ne dumme Frau ist das Echt jetzt? Oh Mann Oh Gott, wir müssen ja abgehen Ja auch, für das ganze Level geht mir so viel Munition flöten Das ist unglaublich, das lohnt schon fast gar nicht mehr Echt, ich hab gar nicht mehr so viel Footballer, muss ich sagen Ähm, ne, hier ist nen fetten Scheiß umgestellt, hier ist kein einziger Mensch Ja Die spawnen da einfach, das was dreistes Ah Fuck Von da hinten, meinst du doch nicht ernst, oder? Ja, ich kann sie unter Beschuss nehmen, aber du musst dann den LKW holen Ähm Wie machen wir das dann? Okay, neuer Plan Ähm, hab ich noch Granaten? Nein, ich hab gar keine Granaten mehr, scheiße Ich hab's mit nem MG oder mit ner Shotgun oder so Du kannst sie unter Feuer nehmen und ich kümmere mich mit meiner Sturmschrotflinte um das Ding Warte, was hab ich, ich hab auch noch Annäherungsminen da Ja, Annäherungsminen hab ich auch noch, aber die sind glaub ich nicht so super für den Job Mach ich's mit der Shotgun Du bist auffällig, unauffällig Muss ich schon sagen, aber Nicht schlecht Ah Ja Okay, das Ding steht schon mal hart an Flammen Es scheinen auch keine Leute mehr gespawnt zu sein Guck mal wie schnell das geht Einfach Kanister, äh, Benzin drüber, fünfmal mit der Shotgun drausschießen Alter, die bringt echt nicht mehr Ach du Scheiße Naja, hat ja auch dementsprechend lange gedauert und Munition gekostet Ich weiß nicht, aber es geht schon kurz Ja, scheiß auf Munition Ja sorry man, das hat automatisch gestartet. Jaja, ich weiß, ich weiß. Okay, bist du bereit, welchen nimmst du? Bartzen, hinter dem Sylden ein Auto. Okay, 3, 2, 1, go! Wow, da kommt einer mit nem Moped. Ich glaub, das ist ein Motorrad. Fieser. Oh, da kommt einer auf uns zu gerannt. Alter, was ist der gerade explodiert? Pff, der ist auch schlau. Er läuft auf uns zu, bleibt dann stehen und zieht dann seine Pistole. Dann war er tot. Aus, als hätte er sie weggesteckt. Okay, jetzt hab ich aber wirklich keine. Na, krach, fail. Das war nicht mein Plan. Egal, scheiße. Was machst du jetzt? Was willst du jetzt? Wollt ihr einsteigen? Ja, da hinten sind Sachen drin, die wir klauen sollen. Ich weiß, deswegen wollte ich eigentlich hier einsteigen, aber mein Charakter ist fest auf dem Überzeugt hinten einzusteigen. Äh, jetzt. Rotbefall. Fahre nur lang, fahre hinter, rückwärts, rückwärts. Fühl doch nur drehen. Dann sparst du nen mega Umweg. Wenn du einfach links fährst jetzt. Einfach links durch die Power. Hast du schon mal gesagt. Bei dem Level. Riesenumweg. Dafür haben wir das aber auch 0,3 kmh drauf. Ja, wenn du hier so den Spurs in der Scheiß, wenn du dich die Pumpe nimmst. Ja, genau. Ja, wenn es halt so ist. Oh, da ist ein riesige Felserhöhung. Da nehmen das alles Flachland. Was nehme ich die riesige Felserhöhung? Du, 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 auch. Da ist gar kein Flachland. Ape. Du bist hier der Ape. Ape, genau. Wieso schaust du dich immer so den Cent? Angry, man. Das ist echt hart. Da sind Steine. Das ist ja schon klein, gell? Oh, ey, fuck you. Hör auf, einfach mit deinen dummen Kommentaren. Was denn? Ich hätte das Fall nicht alles durch die Pumpe fahren müssen, gell? Ja, als erstes bin ich wieder die Nacht von mir im Fahrgarten. Oder auch nicht. Hallo, Trevor. Da. Wo? Hallo. Oh, Trevor kommt persönlich. Ähm, äh, ja. Ja. Lebe der. Bug, 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 glitch, bug, glitch. Äh, äh. Eher schlapp. Oh, ich bin mal 50. Krass. Wie hast du mit dir Schleichen auf Ninja gebracht? Ähm, das war bis gerade nicht. Bevor du da warst, hab ich gespielt. Da war Schleichen auf... ...Mittel, irgendwo in der Mitte. Und jetzt hab ich vorhin ein Spiel gestartet. Und dann war Schlaf und Schleich nach Ninja. Blech schlecht. Warte. Ja gut, ich bin einmal kurz geschlichen in der Mitte. Das hat wahrscheinlich so gut funktioniert, dass alle begeistert waren. Du kannst starten, ne? Den Mann, den will ich. Der ist jetzt mein Ninja. Hier, feste Kamera. Weil sonst hält sich ja keiner dran. Die meisten spielen ja eh immer noch einen Fert Person. Hm. Der Smith. Der Smith. Gegner am Meph. Ja, das sind Meph. Auf jeden Fall Leute da hinten, aber die sehen aus, als würden die Urlaub machen. So lange, bis du ihn im Meph wegnimmst. So. Die haben Minis an. Ach, das ist unter dem Pier. Zu oben. Ja, ich bin auf dem Pier. Da ist sie dir nicht so gut. Hey. Wer machst du ihn noch nicht aufmerksam? Ich muss hier mal runter kommen, ohne zu sterben. Was? Ja. Alles explodiert über ne Schüsse. Ja. 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 Ja.